Man kann uns bei Schmittanander wirklich vieles vorwerfen, meine Damen und Herren, aber dass wir Gewalt propagieren oder gewalttätig sind, das nicht. Da haben wir uns wirklich mit äußersten ethischen Mitteln immer dagegen gewehrt. Es gibt, das wollen wir nicht verschweigen bei uns, Konflikte, es gibt Mitarbeiter, die glauben, eine eigene Meinung zu haben und dann redet man da drüber, aber es wird immer so, dass man sagt, okay, lass uns rausgehen, lass uns drüber sprechen. Vielen Dank.